Ich brauche eh nichts zu tun. Oh, hey! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh, ich liebe es, wenn ein Spiel einfach so simpel funktioniert. Oh Gott! Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Okay, ja! Hold on, ich mach schon. Eine Banane! Ach, dir wird es dann lustig. Dann wissen wir immer nicht mit wem Shadow redet. Dann könnte er jetzt durch Schizophrenie haben. Das ist also die Lore! Das ist Schizophrenic! Eine Company. Ach ja, du kannst übrigens, wenn du auf Escape drückst, uns alles von der Voice Volume her einstellen. Habe ich schon gemacht gerade so. How does... What does this button do? Nothing. Das ist das Terminal. Ihr könnt da beide einmal kurz ran, dann fragt das Ding euch, was eure Rolle ist und was euer Lieblingstier. It does not matter. Was? Okay, warte mal, was gibt's sonst noch? Alles, was ich mache, ist quasi mit... Okay. Shadow. So. Ja. Wie machst du das? Drück zwei. Und jetzt drück eins. Huh. Hugahugahugahugahugahugahugahugahugahugahugahugahugahund- Fragst du dich, was ist dein Favorit? Favorite animal. Äh... Turbo... Nackt... Scheiße. Turbonacktschnecke wollte ich eigentlich schreiben, aber so weit geht das nicht. Ähm... Äh... Ist am Lesen? Ja, mhm. Servicemail. Breeze, describe the role of your team dynamic. Dead one idiot. Äh, ich wollte eigentlich schreiben, dead one idiot, aber das hat nicht gepasst. Dab da oben, Dab da müssen wir erreichen. Dab da... Was, wenn wir... Wenn wir das nicht erreichen, passiert das ganze Spiel. Okay, kann mir erst einmal jemanden Rundown geben, was man jetzt in diesem Spiel hier genau macht. Wohin damit? Also, wir gehen auf den Mond, ja? Okay, wir gehen auf den Mond. Die sind gefährlich. Verschiedene Monde, ja. Okay. Die sind verschieden gefährlich. Daneben Dinge, die wollen uns umbringen. Okay. Okay, und da finden wir einen Haufen Schrott. Irgendwelch random Altersgebrauchsshit, ja? Und den bringen wir dann hierher zurück zum Schiff. Einfach hier irgendwo... Einfach hier irgendwo ablegen dann. Einfach so klatsch, klatsch, wegreißen. Achso, das ist dem Spiel egal. Nice. Richtig. Krass. Unser einziges Ziel ist, das gerade das zu schaffen, dabei nicht zu sterben bevorzugt. Und, äh, halt dieses Ziel da oben zu erreichen, wenn wir drei Tage dazu rocken und fliegen und alles verkaufen. Das wird mal auf einmal zum Pyromance aus Infinite Wealth. Ach du Scheiße. Oh, es geht schon los. Wir kommen auf Experimentation. Was? Oh, cool. Ja, jetzt müssen wir... jetzt müssen wir den... die Main Entrance-Film rein... rein... Hallo! Uah! ... und dann... 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 ... okay. Später kriegen wir auch noch ein paar Sachen, aber erstmal müssen wir... ... Geld scheffeln. Hallo! Ich kann nicht mehr ausdorben, ich kann nicht mehr springen. Ich bin bei der Weid schon voll. Ach, das Shadow ist das erste Mal. Basically, ja. Oh, ich habe auch erst einmal in die Company gespielt. Ich gehe links, rechts. Ich gebe... ... hier, I guess. Ich bin... ... hier, nimm mal das hier mit. Oh, ja. Oh, fuck. Hands. Hands full. Waren wir. Du kannst nichts wünschen wegen dem... Ja, ja. Du hast halt ein zweihändiges Objekt... ... und dann... ... kannst du halt nicht anderes wirklich tragen. Ich kann aber immerhin noch tanzen. Das kannst du in der Tat. Bei einem Sohn, da war jetzt kannst du das. So basic... ... und wenn ich jetzt... ... das hier loswerden wollen würde, müsste ich ganz zum Schiff zurück. Genau, aber man... ... wir können doch erstmal hier alles aufnehmen. Versuch uns draußen. Achso, äh... Ih. Ich habe gesagt... Ih. Schmeiß... Tonk. Ich gehe nicht... Alleine gehe ich nicht in die Dunkelzone. Warum nicht? Ich mag die Dunkelzone nicht. Die Dunkelzone stinkt. Die Dunkelzone dunkelt. Äh, ich habe jemand gehört. Ja. Ich war nochmal am Gucken. Also ich habe jetzt einen dunklen Gang gefunden. Ja, wir haben sowieso für heute schon sehr gutes Zeug gefunden. Für einen Tag ist das extrem viel. Das ist glaube ich schon mehr als genug, um unsere Quota zu decken. Was soll jetzt... Was soll jetzt... Was soll jetzt... Was soll jetzt... Wait. Ja. Warum bist du hier? Hä? Warum soll ich nicht hier sein? Bist du vor mir gerade rausgegangen? Ich... Ich war die ganze Zeit draußen. Der ist jetzt irgendwie eine Minute oder eine halbe Minute vor dir. Ja. Mimik. Baut. Ich habe ihn nämlich vorher noch drinnen gehört. Habt ihr noch... Ich war eben kurz einmal noch drinnen? Ach nee. Geist nicht. Ich lasse ihn zwar abnehmen, ja? Ja. Yippie! 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 Ich habe wohl jetzt nur einen Gegner gesehen. Das war ein Lufband. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ja, ich habe es gesehen. 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 Das Wort mag aus dem Top-Dus. Ich hatte keine... Ich hatte jetzt in dieser Runde legit dieses Gefühl. Jeder, jeder der dieses Spiel hype so... Boah, Spiel ist voll geil. Und ich denke mir so... Nothing happened. Ja, das Experiment. Das ist die legit... Wir sind noch auf dem Baby-Bot. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, schick uns mal nach... Ist Vau gerade offen? Ja. Nicht wenig oder sowas. Ich wollte übrigens irgendwie mein Bean-Nest aufheben, aber ich wurde dann zerstochen... Wo mache ich denn? Wo kaufe ich denn Shit? Ach so, die kriegen wir nicht hier, sondern... Die kommt hier ein Stück weit raus. Oh, du bist dort. Hä? Ne, ich bin in der Dings die ganze Zeit gestorben, weil ich dumm einfach auf dem Boden geklappt bin. Ich auch nicht. Ne, ich hab mich dann mitten im Dings entbutt und hab gesagt, Leute, ich bin schon wieder gestorben. Ich bin in irgendeine Schlammgrube gefallen. Oh, ja. Ja. Aber ja, hast du geredet? Der Eiswagen ist da. Der Eiswagen! Oh, meint ihr, die haben Erdbeer, Vanille und Schokolade? So, da sind jetzt zwei Pro-Flash-Refs drinnen. Dann teilen wir uns mit Zweierteams auf, damit jeder von uns hinterfällt. Die hat sich schon endlich Saft, by the way. Okay, wie mache ich die mit G? Wer frau, ich komme mit mir? Ja. Ja. Klauschi, geh du mit Shadow mit, ich geh mit Sonic mit. Das war ein custom. Wo ist der Eingang noch? Bye! Ja, wir mischen nur um das große Loch rum. Shadow? Ja. Der Eiswagen kann dich erschlagen. Geil. Ach ja, baust du an den Eiswagen. Hä? Was ist das denn für ein Kürbis? Hä? Kürbis? Ähm, ja. 3 riesige Kürbisse. The fuck? Ähm. Ähm. Ich habe hier eine Entrance gefunden. Ja, das ist der Entrance. Das ist der Fire Exit. Unter uns ist der Fire Exit. Im Kürbisfeld. Kürbisfeld. Ich habe schon scha... By the way, ich bin schon critically injured. Warum? Hau! Bean. Oh. Oh. Das erklärt ihn, ey. Das erklärt die Dinge. Okay. Sonic, ich komme. Äh. Gib mir your luck, ne? Wo ist Sarge? Äh, ist anders. Achso. Hier ist Sarge. Äh! Ha! 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 What was that? Ha! I didn't saw that. Weird Spider-Creature! Ach, Blutbugs! Ach, Blutbugs! Da! Das ist kein Blutbugs! Ist kein Blutbugs? Ist kein Blutbugs? Das war kein Blutbugs! Das war kein Blutbugs! Was war ein Fire Exit? Vor der Sarge! Ähm. Das glaube ich noch drin, ja. Scheiße! Ich liebe diese Walk-Animation. Soll ich noch mal reingehen? If you want to die. Hö! Hallo? Er wurde reingesponnen. Komm mal mit! Okay. Können wir da irgendwas machen? Nein, ich glaube nicht. Da vorne hängt er. That is a problem. Ja, ähm. Ähm. Ich kann ihn auch. Doch. Äh. Nee, kann ich nicht. Ich kann ihn nicht grabben. Ich... Warte mal. Ich... Oh nö. Nö. Brauchen wir waschen... Wo ist meine Taschen... Hä? Hä? Was ist denn? Ich bin so... Du sch... Äh. Wisst ihr, ich hab Leni grad schreien gehört, aber es ist... Hallo? You okay? What the fuck? Du... Du... Du hast... Ich hab einen Fulskissen gefunden. Ich mein, wir kennen das nicht, wenn da einmal ein Fulskissen rumliegt. Ist denn das Fulskissen? Ach so. Ja. Wo ist meine Schwindigkeit, da weiter zu gehen, ne? Andererseits ist da eine Spinne. Ja, aber... Können wir da irgendwas gegen machen, oder... Haben wir ne Schaufel? Hast du ne Schaufel? Ich hab das Ding hier. Ich hab ne Rupi-Kasche. Mit lang könnt ihr ja durch den Schrott hier irgendwas zum Schlagen... Das fand ich grad auf jeden Fall schon mal was zurückgebracht. Also... Ich bin übrigens oben lang. Und hab die Rupi-Kasche gefunden. Oh... Ich hab die Rupi-Kasche gefunden. Oh... Hier sind Spinnenwe- Ah! Ähm... Lauf! Hau ab! Oh... 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 Du kannst da vorne an dem Ding die Taschenkantel wieder aufladen. Und auch alles andere, was ich auch verlor. Du siehst. Not the laziest employee. Warum bin ich schon wieder the most paranoid? Mann, fuck off! Ah, okay. Ich hab übrigens nur die Whoopie Cushions da reingepackt, weil wenn wir hier drauf treten, während draußen Hunde sind, dann gehen die Hunde aggro. Ja, weil die auf Sound, weil die auf Sound. Ah ja, Shadow? Ja. Hey, you. You're finally awake. Okay. Wir können kämpfen! Stop! Wenn du... Ich glaub nicht, dass ein Monster... Ich glaub nicht, dass es ein Monster interessiert, dass du Stop sagst. Aber du bist übrigens eben echt lucky gewesen. Da ist ein Keeper von der Decke gefallen, wenn der auf deinen Kopf gefallen wäre, der ist gestorben. Oh Gott, Shadow! Hi! Hi! Warte dir! Hi! Wreck-Hin! Wreck-Hin! Was? Wie? Knauf! Du hast... Da war grad ein schwarzer Mann, wenn du dich zu lange anguckst, mit der eng geh, aber du musst dich zwischendurch angucken, damit er weg geht. Okay, the one thing I hate. So, und der kommt jetzt wieder, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Das Problem ist, der Brecken versucht, sich anzuschleichen. Da bricht er dir das Genick. Ah, wunderbar. Ich sag, wie es ist. Ich möchte hier nicht mehr sein. Cool, nichts. Geiler Raum. Du hörst doch, stampfen, ne? Ah. Der kann übrigens Türen aufmachen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Cool, da oben ist also der letzte Weg. Oh, fuck. Sollen wir da hin? Ich kann den schwarzen Mann nicht schlagen. Er kann ihn schlagen. Nee, das ist es nicht wert. Nee, das geht. Da verliebe ich die Company nicht genug. Ich auch nicht. Oh. Oh. Hä? Äh, die Tür kann man übrigens mit dem Schiff aufmachen. Ach, da ist der Blob. Müsstest du den Blob mal tanzen sehen? Ja, steht auf meiner To-Do-Liste. Ähm, wo geht's hier raus jetzt? Hier? Sieht richtig aus. Ja, ist, glaube ich, richtig. Ja. Hier unten waren wir, ne? Ich glaube, von hier... Ach, nee, stimmt. Von hier müssen wir nicht. Das war das. Einfach nur oben. Ja, hier ist der Hausgang. Oh, nice. Liegt dir noch irgendwas? Nö. Stimmt. Ach, nicht, Wunschung. Es geht um unsere Sachen. Ich habe noch eine Schraube dabei. Oh, wirklich knarzt. Ich kann nicht mehr laufen. Oh, scheiße. Oh, oh. Ich habe ich. Mach dem Jung doch nicht so eine Panik, Alter. Ja, how you like that? Äh, Sarge. Äh, Sarge. Äh, Sarge. Äh, Sarge. Bitte, weil nicht mehr auf die Brücke sch... Danke. Okay. Mir geht's gut. Ich weiß ja, ob es mir gut geht. Ist das da oben meine Health? Ja. Ist du roter, ist du toter? Also, ich... Ich sag mal... Aber wir müssen jetzt eh nach Company, ne? Ja, wir müssen die Company, genau. What does this mean? Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. Okay, Chef. Wir sollten aber nicht alles verkaufen. Ich würde sagen, wir behalten das Stop-Shirt. Das ist ne Waffe. Fair. Yes. Wir können ja die Sachen, die im Schrank soll verkaufen. Vor allem den kleinen Kram hier. Vor allem die Suspikations. Okay. Dann bringst du dich hier vorne hin, dann steht da eh zu sell item. Wann weiß ich, wie viel wir haben? Äh, das wirst du gleich sehen. Wir beschwören jetzt kurz die Company. Die Company ist Cthulhu. The what is what? We love the company, the company, the company, the company, the company, the company. Jetzt geben wir unsere Rechnung. Even if we die, I will have to pay. Oh ja, reicht. Was machst du? Können wir den noch mehr als einmal rufen, oder? Ich zeige mal schon was Lustiges. Ich meine, so fühle ich mich im Einzelhandel auch immer. Ich verstehe. Und das ist der Grund, weshalb wir unsere Seelen an die Company verkauft haben. So. Das war's. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Warte, 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 warte. Wir können ihn erstmal zur Shopping aus dem Weg bringen. Warte, warte. London. Wir freuen uns dann auch. Nein. Was? Da ist der Main Engine, stimmt. Da oben. Entschuldigung. Der hat die gefüllt, Alter. Den Omini-Party nicht. Also wir haben schon huge shit gefunden. Wo sind die anderen, though? Hallo? Draußen. Achso, ihr seid schon da. Okay, cool. Hat er gerade gesagt, ich bin Grabsch? Er ist gerade im Schiff. Er hat gesagt, er ist gerade im Schiff. Das macht mehr Sinn. Guck mal, was hier ist. Was zur Hölle ist das? Ja. Hörst du das? Schau, was er hat. Wir sollten gehen. Ja, ich würde da Träum und Thumping-Mäuse. Das ist Brack. Okay. Don't go back. Don't go back. Was ist los? Ich habe keine Ahnung, was da für ein... Wo ist Sonic? Geh rein und guck nach. Ich habe es nicht gesehen. Ich war nicht da. Sonic? Es war einfach... Oh, Scheiße. Mach einen Funkspruch. Sonic, kommen. Sonic ist tot. God damn it. Da war auch keine Neuzeigstiele. Schuldige Sega. Was ist das an der Tod oder was? Apparently. Fuck. Was reicht denn die Schlüssel? Ich kann nur... Ich kann nur eine Sache davon leider nehmen. Ich habe auch. Ähm, also. The fuck? Yeah, I mean, yeah, yeah. Was bist du? Oh, Luneback. Es kam doch so zu Blut! Ey! Yoi-yo-oi-mi-yo. Yoi-oi-i-ui-oi. Yoi-oi-i-oi-oi. Freak! Yoi-oi-oi-oi. Folgt mir, schade und schade dir! Yoi-oi-oi-i-oi! Was zur Hölle? Yoi-oi-oi-oi! Yoi? Yeah, ich habe die Hände voll. kann ich antworten was uns da verfolgt so aus wie ein fetter maulwurf was hat ihn erwischt was war das das war diese loot box diese kleine ich sag wie es ist das ding war größer wie ich hatte mehr arme wie ich ja ja dann war es brexit was ich hab noch mal 8 sekunden angeguckt weil er nicht gehen wollte ok dann auf 3 123 los laufen laufen hier 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 na toll ich wollte gerade sagen ok ok weg hier der war hier eben gerade ich bin ja raus oh mein wir leben aber alle noch ich habe zwei weise leere augen gesehen an der ja das ist der brecken ja ja ich bin leicht kann man jetzt noch mehrfach klingeln oder weil das sollte doch eigentlich reichen oder wir machen jetzt einfach auf ok ich habe nichts gemacht das kann mich verwendet na was ist der geld hat er gar gesagt als schon der feiert Professionals. Die harte Version des Klingelstreichs. Man kann sich töten! Man kann sich töten! Er hat angefangen! Er hat angefangen! Hä? Scheiße! Wir müssen einfach schauen! Huh? Wiss! Wiss! Okay, I'm the learner! Oh, sorry, was? Ähm... Lass ihn zweimal drücken, doppelt drücken! Do not take this! I might! Wenn du das tust, spawnen sofort vier Gegner und wir haben kein Licht hier drinnen mehr. Später, wenn wir hier rausgehen. Das ist ziemlich nah am Liga. Ja, wenn wir rausgehen. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Solli, kannst du mal so ne Durchsage machen, als wärst du ein Flugbegleiter? giờ russisch und hitwarmen der momentos So, oder? Flug auf der captions! MW surround, wir hören! J-… Ich bin euer Verkütter aus Easter Islandern und ich… ...уль verbod je ja noch sicher nicht so anyin' doch schon, aber ich wollte alleine nicht weiter gehen! Ich liebe es, dass das Walkie Talkie genauso is wie... ...잇's gut? Ja, doch, war nice. Ich hab ein Gummi-Entchen gefunden. Ach doch, da kommt die Funk schärfend. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Ja! I have no idea. Ich hab... Ich hab zwei Nachrichten. Willst du die gute oder die nicht so gute? Richtig. Die gute ist, ich bin irgendwie weggekommen. Ich hab aber keine Ahnung, wo Linie ist. Und ich weiß vor allem nicht, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, was ich bin. Also ich finde mich hier immer noch nicht zurecht. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Und meine Taschenlampe hat den Geist aufgegeben. Okay, ich, ähm, ich gewäck mal eben die beiden Partys, ich weiß. Hattet ihr nicht eben noch einen Teleporter? Weißt du, was ich nur gewäckte? Ich mal da oben. Ich, ich hab eine Doppelfrau. Oh, Achtung, da sitzt du. Ähm, wenn man sich ein Ticket kauft, ne? Über, über ne, über Event, was mehr am Tag geht. Dieses Ticket eine Option hat namens beliebiger Tag. Heißt das, ich kann mir das Ticket einfach holen und ich tauch dann einfach in einen von den Tagen auf? Was ist das für ein Geräusch? Mach die Tür mal zu, mach die Tür mal zu. Was ist das? Ähm, wahrscheinlich ein Giant. Oh, what? Ein Giant. Passage beschützt mich. Das war ein Giant. Das war 100% ein Giant. Ah. Wisst ihr, was mich am meisten stört? Nicht die Tatsache, dass ich mein Walkie-Talkie verloren hab. Nicht die Tatsache, dass ich meine Taschenlampe verloren hab. Ich hab mein Gummihähnchen verloren. Nein, du Hähnchen! Ich, hier hast du eine Taschenlampe? Damn. Hä? Äh. Achso. Gebt mal jemanden von euch eine Schaufel mit. Okay! Hey! Scheide, du kannst die Tatsache auf dem Weg, denn sie liegt auch gut. Ey, bevor ihr verrückt werdet. Oh ja. Entschuldigung. Ich verlasse mich auf euch, Jungs. Hallo, Echo. Hallo, Otto. 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 Banane. Naane. Ähm. Ähm. Äh. Kürbis. Kürbis. Ähm. Geh nicht. Ich bin schon wieder rein. Yay. Ah. Oh Gott, Leute. Hahaha. Hä? Gott, Alter, ich komm raus. Ich geh in meiner Fresse. Hi. Entschuldigung. Da war nichts. Geil. Hä? Ist alles eine Sackgasse? Das kann nicht sein. Also, bitte. Nee, jetzt musst du doch eigentlich... Wuii. Hm? Hä? Stopp, stopp, stopp. Ah! Oh Gott. Geh nicht los. Was war das? Ähm. Stopp, stopp. Was sollte ich noch... Du bist nicht Sarge? Ja. Er ist gerade wieder reingegangen, glaube ich. Äh. Äh. Okay, nee. Das Ding ist direkt vor der Tür. Keine Ahnung, wo Sarge ist. Probably dead. Hast du einen Walkie? Nope. Ich hab eine Schraube. Ich geh noch mal kurz rein. Wenn ich nicht rauskomme, geh bitte wieder zurück zum Schiff. Das ist eine dumme Idee. Eigentlich sollte ich dich davon abhalten, aber ich kann's legitim nicht. Ich hab nur eine Schraube. Ich mach ne Frauge noch mal. Ich brauch mir eh nichts. Warte mal. Ich brauch mir eh nichts zu tun. Oh, hey. Ich hab gewonnen. Ich wollte gerade zu dir rein. Ich hab gewonnen. Er ist tot. Das ist mein Aufblick. Ich wollte gerade zu dir rein, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich hab ihn getötet. Ihr könnt weiter. Ich habe noch eine halbe Abschie... Das war gerade sehr komisig. Ich habe gewonnen. Drop die Schaufel. Er ist tot. Das war schon sehr lustig. Ich hab noch eine Abschiebsgelegenheit. Der hat ja... Alter, der hat das Vieh ja überall verteilt, was zu... Oh, hi. Was ist es? Not sure. Warum T-Vex? Das ist Fleischmatsche. Das hat er verdient. Faktus, ist es totkreis. Ja, hier ist nur ein Kreis. Er hat gewonnen. Deswegen gibt man... ...zartig eine Schaufel. Oh fuck. Wach raus. Wo ist der Mann mit der Schaufel? No, 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 no. Wo ist der Mann? Hat er... Wo ist der Mann mit der Schaufel? Das war eine scheiß Spenne. Ach, die Spinnen, doch süß. No, 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 no. Ich habe jetzt alles von dem Flashback, na? Ich bin Freddy entarmed. Freddy and Freddy. Armed to the right hand with a Flashback. Hallo? Hi? Leidy is dead. Ich aufbastete, zweite mit dem Kreuzfeuer. Gut, Gott. Du bist okay, Sart. Und er ist vorhin in der Crossfire. Ja, wir sind weit. Hier ist ein anderer. Sart! Bleib einfach auf deiner Position, okay? Ich geh zum Schiff zurück und versuch sie abzuschalten. Und nur der arme Sart. Arme Leidy. Sart, ich bin in der Nähe. Ich bin Support, I guess. Was ist da gerade überhaupt passiert? Sart, kannst du mich hören? Da standen zwei Turrets im Kreuzfeuer. Leidy wurde komplett zerschossen und Sart ist highly damaged. Also ich kann dir hier moralische Unterstützung leisten, solange... What the fuck? Das ist jetzt unpraktisch. Was denn? Hier kommt ein Blob auf mich zu. Sehr, sehr langsam. Weißt du noch, wo ich dir gesagt habe? Seelischer Support? Äh, ich muss los. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Well... Sarge? Ah so. Hallo. Hi. Ich hab's geschafft. Ich hab die Turrets unplayed. Ich musste aber ne Cookie- Ich musste aber ne Cookie-Mold und ein Stopp-Shit zurücklassen. Oh, damn. Ja, the good shit. Hallo. Hallo. Ich hab ne Bürste. Ich versuch's. Ähm. Ähm. Ich geh jetzt mal weg, geh, geh. Bring die unten hin. Ähm. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ja. Die Schlüsse sind nix wert, ne? Das wird von der Tür ist dazu. Ich? Äh, ich hoink. Aufrei wert? Ja. Ja. Ja, aber das ist halt nix. Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben genug. Dann behalte ich meine Glocke. Wir leben. Nein. Wir können gleich in die Form abholen. Juhu! Nein! Ah! Wuuu! Ah! Der Shadow? Hm? Ähm. Ah ja. I forgot! Hä? Hä? Wo geht denn das jetzt hier noch lang? What the fuck? Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017